Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Ultimate Chicken Horse. Mit dabei ist Juko. Hallo. Und Juna. Hallo. Und wir begeben uns jetzt die Windmühle. Und Juna ist ein Pferd. Ja. Oh ja, Juna ist Pferd. Zeig euch mal den Hintern hier. Hier. Ich bück mich. Also hier ist leider zur Zeit nichts zu bekommen und da oben ist das Ziel. Also hier ist der Start. Das ist ja... Mal gucken, wo man überall hin kann. Ui! Oh 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 oh! Ähm, das liegt am Anfang schon mal gut. Richtig. Da ist ein Geländer, wo man erst rüber muss. Das ist fies. Ach, da kann man sich... Oh mein Gott! Äh, ja. Nee! Ich sterbe mit. Uuuu! Das war aber schön! Ja, hoch so... Ist echt gut. Okay, keine Punkte. Okay, okay. Ist das direkt am Anfang schon mal... Also nicht, ähm... Ja, Bomben ey. Wow. Super. Du, 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 du... Ey! Uups. Oh Gott, ne, der kommt niemals hoch. Das in der Mitte ist doch nicht da. Oh nein! Ah! Wenn der stürzt! Ich bin abgerutscht. Oh no! Ich bin dran in der Mitte, das ist nicht da. Ja! Ja, no! Jaaah! Ja, no! So, ziehe, komm! Tipp-pupp! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Jaaaah! Die cheatet! Die cheatet! Die cheatet! Das geht doch nicht an hier! Geht ihr nicht! Ich schieß dich direkt hier runter, komm her! Wenn ich da oben ankomme, dann ist weg... Weg vorm Fenster! wer sagt das ich dachte nein ich bin tot wir haben schon probleme mit luft wie sollen wir das auch noch was bewegendes treffen oh mein ich bin schon ein gestorben Ah, oh mein Gott. Und, oh mein Gott. Und, oh mein Gott. Jetzt wird's Yunnan eingequetscht und nicht mehr. Nein! Oh! Jetzt? Wie bist du denn da gekommen? Ja, keine Ahnung, jetzt. Oh mein Gott! Au! Die Geräusche sind gut. Aber wie soll man denn da... Wie bist du auf das eine Brett gekommen? Das ist doch... Wer hat die Fallen da oben gemacht? Ich? Yunnan! Was denn? Scheiße, hier stirbt man dran, ne? Ja. Oh, scheiße. Du musst wenn schon überhaupt an der Kante da oben gehen. Oh, was schlägt uns jetzt? Was? Nein! 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 Ich wollte gerade schon sagen, du. Das gibt's doch nicht. Das ist doch... Das kann doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht. Ach, Mann. Ach, kann er. Wozu stelle ich denn so... Ja, das ist doch... Guck mal, direkt zum Anfang hat man hier Verschlauchspausen. Hier, so? Hm? 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 Ist ja ganz nice. Dann müssen wir schnell rüber. Oh nein! Na vergiss es, Yunnan! Komm, komm her! Komm her! Ja, komm! Ja. Komm! Der wär als erstes sich hinfroren, ne? Komm schon! Komm, du! Du! Ich bin jetzt zum Überlegen, wie ich da hochkommen soll, ey. Ich hab auch keine Ahnung. Also man muss schnell sein, wirklich. Wututu! Ach! Komm, Yunnan! Ich fliege! Jetzt... Ah, du fliegst! Nein! Du fliegst mit! Und ich hab'n Pfeil im Auge. Ähm... So, kannst du gehen! Ich bin gerutscht! Ich bin gerutscht! Das ist fies! Oh, komm schon! Das ist uncool! Nee! Wer hier hinkommt, kann sich das Jetpack abholen. Okay! Nein! Nee! Komm! Komm schon! Oh! Da wird doch keiner hingekommen! Da! Ach, scheiße! Ich dachte, da stirbt man! What the fuck? Was habt ihr denn? Ich hasse euch! Ja? Okay! Au! Ich liebe euch! Ach, scheiße! Alter! So viel zum Thema, man stirbt da! Ey! Die haben mich verarscht! Die haben mich... Gib denen mal ein Dislike hier! Yuko LP und Miss Pinky! Geht auf deren Videos und gebt denen ein Dislike! Die haben mich sowas von verarscht! Alter! Ein dicken fetten Like! Nee! Ich geh auf jeden Fall zu eurem Video und geb euch ein Dislike, ehrlich! Sowas von... Ich schwör's! Ich schwör! Ich schwör's, ey! Ich schwör's! So! Ich mach das zu! Geht ja gar nicht! Fuck! Hol! Ähm! Oh oh! Oh mein Gott! Ähm! 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 Ja, man kann doch unterfallen! Ja, sag ich doch! Wird gewinnen! Ja! Das wird niemand gewinnen! Niemand! Ja! Wo mach ich dann jetzt hin? Das klebt ja! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich mach's da hin! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ganz ruhig! Uh! Na? Oh mein Gott! Es klebt! Ich klebe! Äh! 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 Lass mich los! Ich bin Pinky! Ist ja vorbei! Äh! Und äh! Und jetzt! Jaaa! Yay! Yay! Ah! Yoko, ich komme! Noch drei Runden! Ich komme! Gibt's einfach nicht hier! Komm her! Gibt's einfach nicht hier! Gibt's halt nicht! Ach! Das gibt's! Ich weiß bei Roller! Ja! Ja! Upsala! Pass auf mich, Pinky! Oh Gott! Na? Oh! Alter! Oh! Nein! Du stehst da, wenn du zum... Das haben wir dir gesagt. Das haben wir dir gesagt. Ich hasse euch! Ich hasse euch! Wir haben gesagt, an der Kante musst du stehen! Ich hasse euch! Also das ist... Ne, ich spiel das nicht mehr mit euch! Ja, verstehen wir! Können wir vollkommen verstehen! Ja! Wir hassen uns auch! Hm. Ja. feat woher ist das nicht mehr anfangTkk? Woah! Ich lerne jetzt gerade geruckelt! Echt? Ah! Lebe am dauernd hier! Hm? Oh, was ist denn da oben los? Ja! AUTCH! Atatou! Atatou! Oh Gott! Nein, das ist ja schön. In meiner Falle. Ich bin glücklich. Das hat weh getan. Das hat aua getan. Ja, so richtig aua. Letzte Runde. Hey! Ey! Bitte! Oh! Oh! Aua! Das ist jetzt unmöglich! Ja! Und ich mach gleich auch noch mal Abflug nach ganz oben, ey. Toll. Juko, das ist unmöglich! Nein! Nein! Muss nicht! Muss nicht! Muss nicht! Das macht nur Aua! Das macht nur Aua! Glaub mir! Das macht nur Aua! Warte! Ach du willst sie dran kleben? Warte! Okay! Okay! Ah, Mann! Wir haben gewartet! Und was wurde denn das? Wir haben gewartet! Ja, ich hab gewartet, dass dieses Ding da wieder vorbeikommt. Diese Papierflieger. Ah! Damit ich dann drauf gehen kann und dann von da aus hoch springen kann. Die Idee ist ja nicht schlecht, du! Oh Mann! Ja! So! Wo ist Fragenzeichen? Wasserfall? Wasserfall? Oder? Alte Villa? Alte Villa? Nee! Jetzt haben wir wieder die! Okay! Wasserfall! Wasserfall! Jonas Lieblings-Map! Ja! Total! Absolut! Total! In meinem Leben, ey! Hörst du das, wie sie sich freut? Ja! Sehr! Mhm! Freude! Die haben irgendein Problem. Aber das ist keine Freude, ey! Die hör... Oh, da unten, ey! Irgendwas imaginäres hören die und ich hab keine Ahnung was. Nein! Was zum... Was ist es? Pyramide für Yuko! So! Jetzt! Aber was mach ich jetzt? Ja! Tschüss! 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 Das ist schon mal etwas! Kein Gewinner, keine Punkte! Oh! Ey! Tschüss! Guck, jetzt ist das verbuggt! Ja, klar! Sollen wir wetten, dass das bei mir verbuggt ist? Ja! Komm her! Ich bin zufrieden! Ja, guck! Ja! Ey, du bist hier der Pro drin! Ja! Nee, bin ich gar nicht, ey! Ey! Ey, die letzte... Wohl! Wohl! Ich brauch ne Bombe! Nein! Bombe! 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 Ja! Was ist denn mit der Bombe? Hm?! Hm? Hm?! Ui! Ciao! Haha! Und gleich fällst du selber in ihre Bombe da rein, ey! Ja! Ich hab's gewusst! Die fällst selber da rein! Haha! Geil! Na, Yuko, alles klar? Wax ab ist, wenn ich ne Bombe kriege, ey. Aber warum kommen denn keine? Komm, ich nehm das jetzt. Ach, jetzt glaubst du mir das so. Nein, guck mal, ich mach was anderes hier. Guck, guck, ich mach das hier. Also wer da rangeht, der hat ein echtes Problem. Ha? Mann! Das! Das Problem ist, wie kommen wir jetzt... Wir kommen da gar nicht. Autsch! Nein, wieso bin ich gesprungen? Oh. Warum ist überhaupt niemand gesprungen? Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich würd sagen, gut gemacht. Ich hab mich jetzt grad so erschrocken, ey. Ey. Ey, ich würd sogar noch... Alter. Ich wurd da noch weggeschoben da. Das gibt's doch nicht. Ich wurd auch noch runtergebrochen. Somit, weg die Leiche. Es ist ein Dog-Tier. Weg damit! Braucht keiner. Oh. 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 Oh mein Gott. Da sind gerade die Schacheln rausgekommen. Hättest du ihn gefunden? Hat mich getan. Guck mal, sie schwebt. Hat Dauer getan. Ja. Ah. 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 Das haben wir getan. Guti. Ah. Diese Schmerzen. Die sind so unglaublich. Ja. Boah. Ahaha. Und ich werd wieder wetten, ich bin zu niedrig. Au. Oh wow. Ähm. Ja, und Yuko, ne? Ja, ja. Hm. Der Bro kommt wieder raus. Guck mal, die rückwärts. Ich werd auch noch rückwärts. Du werd ja angeben. Was? Du werd ja angeben, war voll rückwärts gegangen hier. Das gibt's doch nicht. Ich bin nicht rückwärts gegangen. Doch. Nein. Nicht doch. Du hast voll den Moonwalk hier gerade gemacht. Hm. Hm. Ich hab Angst. Warum? Warst du nicht? Autsch. Wow. Ähm. Ich würd sagen... Wer war da jetzt das Ding dazwischen ist? Was war das? Keine Ahnung. Ich glaub, Yuko hat irgendwie Gehalt oder so. Was hab ich? Du hast einen Halt drin gehabt. Ja? Ja. Ja. Äh. 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 Hm? Nein, nein, nein. Oh. Eigentlich ist das doch jetzt so einfach. Eigentlich schon. Aber wir haben's nicht mal vom Start weg geschafft, da. Noch drei Runden. Noch drei Runden. Und ich hab nicht mal einen Punkt. Ich war, glaub ich, nicht einmal dort oben. Doch, war's das schon. So. Oh mein Gott. Ja. Ja, kommt her. Ja! Na schon! Na شioco, komm her. No! Tau!! Na los, geh'. Ich versteck' mich. Jetzt geh, du Schaf! Ja, so kann ich auch nicht gehen. Verhandle mir. Sage, was gibst du mir, damit ich dich durchlasse? Ich bring dich nicht um. Nee. Ja. Das kann länger dauern. Ja, ich hab Zeit. Ich auch? Okay. Komm. Du gehst rüber, ich geh weg. Dann bring ich dich nicht um. Aha. Na gut, ich droh dir mal. Ich warte bis, wenn du da weg bist. Joko, jetzt! Warte. Jetzt, Joko! Nein, das ist ja gemein. Ja. Okay. Okay. Da kommst du gar nicht rüber. Man kann's bis runter locker in die Tonne. Ah, Mann, ey. Flieger kommt auch nicht. Wir gehen kaputt. Oh, guck mal, wir wurden voll entfernt. Wieder entsummt. Das gibt's doch nicht. Noch zwei Runden. Ja, ja. Und ihr werdet mir so glauben. Ich weiß, was ihr wegmacht. Und ich werd hier zumachen. Na los. Mach pot. Na los. Mach pot. Na los. Gar nicht. Nichts an Mr. Man. Nee. Kommst du nicht der durch, Miss Pinky? Nee. Nee. Ja, was nun? Ja. Selbst hier kommt man nicht. Das ist jetzt ne Unendlichkeitssache. Ja. Ja. Man kommt hier nicht durch. Autsch. Außer man lässt sich sterben. FK-Warning. Was ist das eigentlich für ein Loch? Aber ich war auf der anderen Seite. Oh. Ich wurde runtergeschubst. Ja, wir wurden entsorgt. Ja. Und unten? Da kommst du nicht los? Nein. Na, drück weh. Und da unten kann ich auch nicht lang. Nee. Oh. Du musst auch geben, Joko. Ja, es geht ja nicht anders. musste ich ja ist nämlich jetzt letzte runde und jetzt kann ich nämlich einen unentschieden über euch verursachen und eigentlich weg war klar ganz ich habe nichts gedrückt ich bin gestorben unentschieden jetzt war unentschieden ganz genau was passiert keine punkte ein unentschieden es muss ausgebrochen werden wer als erstes da ankommt guck mal ich gehe aber jetzt ist endlich was passiert ja das ist auch schon mal wissen und nur dank mir wissen wir ist aber ich sehe auch gerade wir haben 23 minuten schon wieder erreicht das war es erstmal das heißt windmüde oder alte villa vielleicht beim nächsten mal mal schauen ich hoffe mal was anderes vielleicht mal die farm wieder die kann ich ein bisschen also schaut beim nächsten mal wieder rein bis dahin macht's gut tschüss 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 tschüss